In diesem Video geht es um die besten Handscheinwerfer. Der Qualitätssieger in unserem Handscheinwerfer-Test geht an den Bosch Gli 12 V330. Diese Akkulampe lässt sich überall mit hinnehmen. Dabei überzeugt sie durch ihre Helligkeit. Mit ihren 10 330 Lumen starken LED eignet sie sich hervorragend für das Ausleuchten kleiner Arbeitsbereiche. Die Arbeitslampe lässt sich perfekt an jede Umgebung anpassen. Es lässt sich, je nach vorherrschenden Lichtverhältnissen, zwischen zwei Helligkeitsstufen umschalten. Der Akku ist mit allen Werkzeugen der jeweiligen Spannungsklasse kompatibel. Er kann für jedes beliebige Bosch-Pro-Werkzeug mit 12 Volt verwendet werden. Die Gli 12 V330 lässt sich einfach aufhängen oder auf den Boden stellen, denn das Gerät ist in acht verschiedenen Ausleuchtwinkeln nutzbar. Zudem passt das Flutlicht auf die zusätzlich erhältlichen Stative BT150 und BT250. Ohne Aufladen des Akkus lange Betriebszeiten genießen. Die Lampe bietet mit maximaler Helligkeit 180 Minuten Laufzeit. Die Arbeitslampe verfügt über einen Magneten im Standfuß. Damit lässt sie sich leicht an metallischen Oberflächen anbringen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Vata BL20 Pro. Egal wie groß die Herausforderung ist, die Vata Leuchten werden überleben. Aufgrund ihrer robusten Konstruktion mit gummierten Elementen, eloxiertem Aluminium, Wasser, Staub und stoßfesten Eigenschaften sind sie extrem robust und für maximale Haltbarkeit konstruiert. Auf diese Weise können sie unter schwierigsten Umständen eine hohe Lichtleistung liefern. Dank der stoßabsorbierenden Gummielemente und einer stoßfesten Linse und einem Reflektor ist die Indestructible BL20 Pro Stirnleuchte äußerst robust und besteht einen 4 Meter Falltest. Die Beam Lantern hat eine Stoßfestigkeit IK08, was bedeutet, dass das Gehäuse einem Aufprall mit einer Stärke von 5 Joule standhalten kann. Die Beam Lantern besteht einen 4 Meter Falltest und ist spritzwasser- und staubgeschützt IP54. Es verfügt über zwei Lichtmodi und eine extra helle Hochleistungs-LED. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Handscheinwerfer-Test ist der EMOS P4526. Suchscheinwerfer EMOS P4526 ist mit modernem Li-Ion-Akku mit Kapazität 2000 mAh ausgestattet, der direkt vom Netz 230 Volt oder von der 12 bis 24 Volt Steckdose in Ihrem Auto aufgeladen wird. Der mitgelieferte Ladeadapter und Zigarettenanzünder mit Ladekabel sorgt für alles. Zu Hause oder unterwegs, diese Taschenlampe steht immer gleich zur Verfügung. EMOS P4526 Scheinwerfer hat zwei selbstständige Lichtquellen. Cree LED-Chip mit 370 m Leuchtweite kann in zwei verschiedenen Lichtmodi leuchten. Auf 100% mit Leuchtdauer 3 Stunden oder 50% mit Batterielebensdauer von 6 Stunden. Die zweite Lichtquelle COB LED mit Reichweite 20 m kann als Campinglaterne für mindestens 3,5 Stunden dienen. Diese EMOS Taschenlampe bietet Ihnen die richtige Beleuchtung für jede Tätigkeit an. Möchten Sie eine Handlampe, die trotz großer Leuchtweite auch praktisch einstellbar und für mehrere Tätigkeiten geeignet ist? Dann sind Sie hier richtig. Der einstellbare Griff des EMOS Scheinwerfers ist 360 Grad Drehbar und ermöglicht die Anpassung der Leuchte in genau solche Positionen, welche Sie bei Autoreparatur oder Haushaltsarbeiten gerade brauchen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat. Das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat.